Er entkommt! Bliebe er doch nur stehen und kämpfte! Adiwaling hat die Wahl der Waffen unterstattet und auf seinem Schiff beschleert die Vortragung. Hängt an die Mörser! Ansonsten schwimmen wir nach Hause! Der Fluss wird zusehends enger. Keine Sorgen, Sir! Grae, was enger ist, Scham! Der Fluss vor uns ist eine Sachgasse! Die Wally kommt nicht raus! Feuer! 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 Das ist die Schraubstelle! Reif, Käpt'n! Feuer! 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 Aua! Na, hab ich's getroffen? Oh. Okay. Was? Hier raus? Ja. Gut, gut, gut. Halt! Halt! Stop, run! Halt! Halt! Ah! Halt! 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 Mit einem direkten Schuss töten. Aber meine P-Polen kommen nicht so weit. Boah! Komm! Aua! Was? Ich hab mein Ziel verloren? Wie soll ich den denn... Ich hab ne andere Idee... Kombo! So, ich muss ja irgendwie an ihn dran. Ich muss ihn ja direkt töten. Wie komm ich an ihm dran? Hm. Wo ist euer Kämpfer und Kämpfer, Großmeister? Ich muss ja für hauptlich und Ruhe gesorgt haben, wenn ihr mich zu zweit jahrt. Durchaus. Ihr wart schon viel zu lange ein Stachel mit ihrem Fleisch. Hängt das? Ich muss Vater helfen. Ihr Lehrer beschämt zu sehen, was ihr gut seid. Wirklich? Ich wusste nicht, dass mein Vater schamen könnte. Rede nicht schlecht von meinem Vater. Wenn ihr nur halb zu mutig werdet, werdet es ein Segen. Segen oder Fluch. Ich bin nur ich. Hm. 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 Wie kriege ich den Typen da weg? Ich muss ja irgendwie hinter ihm her. Ich hab einen Schuss. Ich kann ihn von hier. Mist. Ich hab keine. Ich hab einen Schuss. No. Wirklich? Ja. Ich hab einen guten Scheiss auf ihm. Acht. Geht doch! Kind, die Hölle wartet auf dich. Dann betrete ich sie mit Stolz, wissend das Richtige getan zu haben. Es ändert nichts. Achilles hat bereits, was er braucht. Und ich töte jeden Mann, der ihn verteidigt, wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster-Shay. Vielleicht ja. Kommt. Der Typ hat genau wieder diese gleiche Narbe am Mund, wie Desmond und seine ganze Familie. Und seine ganze Familie. Stamm. Was ist denn jetzt los? Legende folgt auf Legende. An diesem Punkt ist der Krieg noch nicht vorbei. Aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich jetzt ganz auf die Assassinen konzentrieren. Mal sehen, welche Rolle Shea spielt. Mal sehen, welche Rolle Shea spielt. Sieht schon geil aus mit dieser Animation. Sequenz 6. Aha. New York. Wie steht es um die Vorläufer-Sache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um meine Crew aufzustellen, Chevalier. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Wir müssen Hobes Versteck finden. Die meisten Banditen von New York gehorchen ja jetzt. Ich sollte zum Großmeister. Ja. Aber erstmal gehen wir hier hoch und sagen hiermit in diesem wunderschönen Ausblick Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Haut rein! Haut rein!